Sie freuen uns riesig. Es wird gefeiert. Gefeiert wird hier in Dresden auf einem Dampfer. Die AfD-Politiker legen am Abend ab, schwimmen auf ihrem Triumph, feiern ihren Wahlsieg unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier in Sachsen landet die AfD nur knapp hinter der CDU, holt sich 27,5% der Stimmen. Ich glaube, es ist auch der Tag, an dem letzten klar wird, dass die AfD nicht auf dem Weg ist, sondern sich mittlerweile fest als Volkspartei in diesem Land etabliert. Etabliert hat sich die erst 6 Jahre alte Partei auch in Brandenburg. Dass sie mit 23,5% doch nicht vor der SPD gelandet ist, schmälert nicht ihren Jubel. Gar nichts ist vorbei. Jetzt geht es erst richtig los. Es geht erst richtig los. Es klingt wie eine Drohung an die anderen Parteien. Und wahr ist, eine solche Zustimmung haben die Rechtspopulisten bundesweit, mit Ausnahme 2016, noch nicht erreicht. Angesammelt haben sie v.a. die Stimmen der besorgten Wähler. Trotz verbaler Entgleisungen oder rechtsradikaler Vergangenheiten punktet die AfD in beiden Bundesländern v.a. bei Nichtwählern. Über 300.000 Bürger, die bei den Landtagswahlen 2014 nicht gestimmt hatten, stimmten für sie. Die Linke verliert ihren Status als Volkspartei, verlor die meisten Wähler an die AfD. Doch nun der Krimi aus Sicht der AfD. Die Partei bekommt im neuen Sachsen-Landtag 38 Mandate. Laut der Hochrechnung würde sie aber auf 39 Mandate kommen, darf aber wegen eines Fehlers bei der Wahllistenaufstellung nur mit 38 Personen antreten. Entsprechend darf sie einen Sitz nicht einnehmen. Jetzt will die AfD rechtliche Schritte einleiten.